Moin Luntze, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobby Live. Am heutigen Tag überfallen wie eine Bank, denn das ist tatsächlich mittlerweile möglich. Wir müssen jetzt allerdings, warte mal, wie spät ist das? Oh ja, das ist perfekt. Es wird gerade Nacht. Dann lasst uns kurz ins Auto setzen, denn wir müssen erstmal zur Bank fahren. Ähm, wir machen das mit unserem Raketenauto. Let's freaking go. Oh, guck mal, hier ist es schon richtig, richtig weihnachtlich. Ich finde, zu Weihnachten gehört auch irgendwie immer Schnee. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich nicht weiß, wann das letzte Mal an Weihnachten auch wirklich Schnee lag. Oh, ist das schön. So, die Bank müsste irgendwo, glaube ich, hier hinten sein. Irgendwo hier ist sie. Hier ist der Autoshop. Oh, da gibt es auch ein paar geile Dinger. Hallo, Bank. Hier ist das Kino. Ein Klamottengeschäft. Hier ist die Polizeistation. Ah, hier vorne, hier ist die Bank. Okay, und angeblich gibt es hier jemanden, der uns diesen Auftrag übermittelt. Ja, da ist er, als ob. Guten Tag, Sir. Hey, du. Ich? Du siehst aus wie ein, äh, tänzelnder Wobbly. Ja, ja, ich bin sehr leichtfüßig. Das stimmt, das stimmt. Ich denke, du könntest mir mit einem kleinen Job helfen. Oh, was denn? Lass uns da drin treffen. Hier, nimm den Schlüssel. Okay, 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 da bin ich dabei. Wir gehen rein. Oh ja, okay. Okay, ich habe sogar meine Raketenschuhe angezogen. Oh, die kann ich nicht benutzen. Als ob. Okay. Guten Tag, Sir. Okay, hör mir zu. Ich habe ein delikates Problem. Ich denke, du kannst mir dabei helfen. Ja, ja, was denn los? Moment, wie, den Diamanten zurückbringen? Ich dachte, wir klauen was. Frag keine Frage. Ja, doch. Es gibt Wachen. Okay. Ja, ich bin nicht immer so leichtfüßig. Muss ich gestehen. Als ob. Laser Security. Hä, wie komme ich denn da durch? Okay, wir brauchen später Keycards, damit wir diesen Banktresor am Ende öffnen können. Viel Glück. Gut. Also, unsere Aufgabe, diesen wunderschönen Diamanten wieder zurückbringen. Kein Problem. Paletto macht das. Ja, einfach rüber. Easy. Oh, oh. Ich glaube, da kommt jemand. Dreht er sich hier auch in die Richtung? Ja, er dreht sich dann ganz schnell um. Warte mal, dann laufen wir ganz schnell. Ja. Oh, warte. Hier können wir nach rechts rein. Hä? Was? Wie hast du mich denn gehört? Oh. Ich wurde rausgeschmissen. Hallo, da bin ich wieder. Hey, da. Tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Ich will wieder rein. Okay, aber wie hat er uns gehört? So. Was war jetzt das Problem? Naja, da kommt er. Vielleicht waren wir zu dicht bei ihm hinten drauf. So, da dreht er sich jetzt um. Zack. Und das ist die Tür. Das Öffnen der Tür war zu laut. Aber guck mal, vielleicht geht er relativ weit. Ja. Geht er um die Ecke? Ah, nee. Er kommt dann wieder zurück. Ich warte mal, ob er, wenn ich hier stehe, ob er mich sieht. Weil er dreht sich ja einmal um. Ja. Ah. Oh. Au. Was machst du hier drin? Ja. Und wieder raus. Gut. Gut, 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 gut. Okay, Leute. Das ist tatsächlich schwieriger, als ich dachte. Nee, ich muss es eigentlich nur im richtigen Moment machen. Und dann müssen wir da rein und dann müssen wir warten, dass er da wieder durchgeht. Okay. Schaffen wir, Leute. Schaffen wir. Kommt er da jetzt? Warte mal, wir können gucken, ob er uns auch hier sieht. Also, wie weit sein Lichtkegel geht. Ah ja. Hier können wir stehen bleiben. Dann müssen wir jetzt lange genug warten. Ja, ja, ja. Und jetzt. Nee, nimm doch. Oh, okay. Wir haben es geschafft. So, wir so. Oh, da ist ein Schlüssel. Was? Hier ist. Warum? Was hat mich verraten? Was war das denn jetzt? Hat er mich gesehen? So, da bin ich wieder. Hallo. Also, da war ja ein Schlüssel. So, da kommt er jetzt. Und ich dachte, es geht auch, dass wir Schlüssel und so weiter mitnehmen müssen. Oder sind die tatsächlich egal? So. Ich gehe jetzt schnell rein. Wupp. So, und jetzt frage ich mich. Also, hier oben ist ein Alarm. So, ich verstecke mich hier hinter. Ich lege den Diamanten mal hier hin. So, ich frage mich halt, brauchen wir den Schlüssel für irgendwas? Okay, warte. Ich verstecke mich weiterhin hier. Hier kann er mich nicht sehen. Hier hinter verstecken. Ah ja. Er geht jetzt da vorne längs. Ich, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Hopp. Jetzt. Ja, ich bin, ich bin hier drin. Okay. Jawohl. Hier können wir das. Ah, guck mal. Das war, das war richtig. Zack. Abschließung. Jetzt haben wir das Lasersystem deaktiviert. So, gibt es ansonsten hier irgendwas? Hier können wir auch nichts aufmachen. Okay, dann lasst uns weiter. Hilfe, ich hänge fest. So, Ki. Oh, oh. Ist hier noch eine Wache? Ist hier irgendwas im Müll? Nee, Key Cards. Die sind halt so teilweise so Aktenkoffer, aber ich glaube, die sind gar nicht so wichtig. Interact. Oh, nee. Was ist denn? Oh, nein. Raus. Oh, oh, oh. Nee, siehst mich nicht. Oh Gott. Nicht hier raus. Komm nicht hier raus. Ah ja. Schnell hier vorbei. Okay. Ich bin da. Und wir sind runder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh. Oh Gott. Junge, wie soll ich das denn machen? Huh. Ähm. Warte. Wupp. Sehr gut. So, aber jetzt. Ah, warte dann. Oh, was ist hier? Ah, hier ist die Key Card. Huh. Oh, hier steht jemand. Alles gut, Brudi. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Hopp. Nein. Ich, ich, ich gehe hier rein. Ich gehe hier rein. Lauf Paletto. Nein. Junge, wie soll man das denn machen? Ja, ich weiß. Mann. Nur weil du den, warum willst du eigentlich den Diamanten zurückbringen? Der hat scheinbar, der hat es geklaut und hat plötzlich ein schlechtes Gewissen bekommen. Zack. Zack. So, hinterher. So, komm rein. Wir schaffen es jetzt, Leute. Wo ist mein... Ich habe keinen Trink. Ich muss kurz Trinken holen. Mini Paluten erzählen lustigen Joke. Warum hört die Orange auf zu rollen? Hier ist der Saft ausgegangen. Oh Mann, Mini Paluten erzählt immer die besten Jokes. So, ähm, Versuch. Versuch nur noch tausend. Ich gucke jetzt auch nochmal in diese eine Tür rein, die ich glaube ich übersehen habe. So, wir machen jetzt nicht zu sehr einen auf Try Hard. Wir lassen ihn jetzt wirklich ein bisschen laufen. Perfekt, jetzt können wir rein. Jetzt müssen wir uns hier beeilen. Das war knapp. So, aufpassen. Ja, jetzt raus. Schnell, 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 schnell. Boah, das hätte ich beinahe übersehen. Mann, ich passe manchmal nicht durch die Tür. So, easy going. So, warte mal. Der eine, ah, der läuft, ach, der steht da einfach nur. Sieht er mich denn hier? Nee. Ah, guck mal hier. Hier ist eine, hier ist eine zweite Key Card. Oh, jetzt, ah, guck mal, hier ist sogar ein Geschenk. Zack, Alter. Oh, das gab nochmal schön Kohle. Das war nice. So, warte mal. Die Key Card, die brauche ich jetzt. Entschuldigung. So, den muss ich jetzt einmal anmachen, aber ganz hurtig. So, schnell raus. Hier hinter. Okay, den Part haben wir jetzt echt gut gemacht. Den haben wir jetzt auch mittlerweile raus. So. Und Sprinten, Paletto. Sprinten. Go, 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 go. So, und jetzt kommt der Part, der am schwierigsten ist. Das Ding ist, hier vorne ist, glaube ich, aber auch schon das, das finale Ding. Hat der eine Strahl sich bewegt? So, oh Mist. Oh, ich trottel. Ich bin da gerade gesprungen. Oh. Warte mal, warte mal. Bewegt sich hier ein Strahl? Nee, die sind alle. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, hier sollte ich doch ganz easy rüberkommen. Warte. Ja. Ah. Jawohl. Das erste Ding habe ich drin. Hier, den Ding, das kann ich erst mal ablegen. Jawohl. Jetzt nur ganz leise. Hinter ihm hinterher schleichen. Oh ja. Okay. Okay. Ey. Ich kann das schaffen. Okay, Leute, schreibt jetzt bitte in die Kommentare. Glaubt ihr, ich schaffe diesen Sprung? Ey, super einfach. Warum bist du plötzlich so hochgesprungen? Aber ich habe es geschafft. Jetzt. Rein. Und. Es öffnet sich. Es öffnet. Ah, Hilfe. Nein. Oh, ich dachte, ich werde da hinterher geklemmt. Jawohl. Hier sind wir. Oh, das ganze Gold, das ist alles mehr. Das ist alles mein Gold. Ja. Ich habe den Diamanten zurückgebracht. Okay. Du hast es geschafft. Ja. Puh. Das Mann bin ich erleichtert. Okay. Ich erkläre es dir. Ja. Ich habe den Diamanten geklaut von der Bank. Ja. Und. Dann habe ich mich aber ganz schlecht gefühlt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ihn zurückzupacken. Ja, aber du hast es ja schon mal geschafft, ihn zu klauen. Warum heuerst du mich denn an? Ich wurde 20.000 Mal aus der Tür ausgeworfen. Ich habe mir ja was tun können. Ah, aber ich wurde früher schon erwischt beim Klauen. Aha. Ich hoffe, ich bekomme jetzt hier irgendwas Geiles. Ja, ich habe, du hast es super gemacht. Hier, nimm das als Belohnung. Danke, kleiner Wobbly. Ja, bitte sehr. Ein Vault Head. Was ist denn der? Okay, das ist jetzt hoffentlich ein richtig krasses Ding. Weil sonst bin ich ein bisschen enttäuscht. So, warte mal. Lass uns mal ganz schnell umziehen. Weil wir haben ja ja... Na, eigentlich haben wir was Gutes gemacht. Ich weiß es nicht. So, warte mal. Wir fahren jetzt mal. Wo können wir uns umziehen? Hier war doch so ein Klamottenstore. Wobbly Burger. Toy Shop. Nee, nee. Ich brauche was, wo ich mich umziehe. Naja, lass mal kurz schnell wieder zurück ins Wohnviertel. Da gibt es auf jeden Fall was. Oh, Entschuldigung. Ups. Oh, nein. So, kleiner Sprung über die Brücke, die gerade nach oben gefahren ist. Wuhu. Das eine war, glaube ich, für Autos. Oh, Alter, was für... Oh. Kleiner Drift. Kleiner Backflip. Ja, perfekt. Ja, sehr gut. Oh, nein. Die Spitze von meinem Auto ist schon wieder ganz schief. So, wohne ich hier? Nee. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Sorry. Warte. Hier rechts? Nee. Ist das mein Haus? Wuhu. Entschuldigung. Ja, hier ist Sally. So, wir haben... Wo ist dieser Hut? Hä? Das war doch ein Hut, oder nicht? Ach, da. Das ist alles... Man kann ihn öffnen. Ist da das Gesicht drin. Aber auch so zwei Goldmünzen. Leute, ich würde sagen, das war es mit unserem kleinen Banküberfall. Obwohl, kann man es einen Überfall nennen? Ja, wir sind schon eingebrochen. Aber es war mehr eine Rückgabeaktion. Leute, wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Schaut mal gerne auf Palutenpunkt. Schaut vorbei. Falls ihr unseren Witzemeister-Mini-Paluten für zu Hause haben wollt, schaut dort gerne mal vorbei. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.